Ja, natürlich. Also das, was du gerade aufgezählt hast, das ist sicher natürlich schlechtes Design zu einer Besprechung. Und ich finde auch dieses Wording wichtig. Also, dass man einfach sagt, es gibt einen Plan, es gibt eine Überlegung, die ich als üblicherweise Führungskraft habe, wenn ich zum Beispiel in einen Schuhfix hineingehe. Wie möchte ich das gestalten? Wie möchte ich die Partizipation der Teilnehmer hochhalten? Wie möchte ich dafür sorgen, dass die rausgehen und sich denken, das waren gut investierte 45 Minuten oder 60 Minuten? Und ich glaube, wenn man mit diesen Fragen sich beschäftigt und einfach, wir sprechen oft über die Reflexionsebene und wie wichtig das ist, ich glaube, wenn man das macht und diesen Termin dafür nutzt, um an dem Prozess oder am Team oder wie du das nennen möchtest, an der Zusammenarbeit, wenn du die Zeit dafür nutzt, an dem zu arbeiten, dann kommen auf einmal Dinge raus. Das, dass du jetzt gerade drei To-Dos abgehakt hast, ja, mag vielleicht spannend sein, wenn es irgendwie meinen Bereich betrifft oder so, ja, wo man dann irgendwie vielleicht Synergieeffekte aufzielen können oder dann sagen können, ah, du hast das schon gelöst, ich habe das übernächste Woche ein ähnliches Thema, vielleicht können wir uns da mal kurz abstimmen diesbezüglich.